Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sage dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcastproduktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe mit meinem Experten-Team Unternehmenschefs in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mit einer Q&A-Station. Yes, ich freue mich sehr, denn ihr habt mir wieder Fragen geschickt und eine davon kommt heute von Jochen. Und wenn ihr darauf Lust habt, diesen Podcast mitzugestalten mit eurer Frage, mit eurem Feedback, dann schickt mir gerne eure Audionachricht in unserer Messenger-Gruppe. Informationen dazu auf markenrebell.de, dort könnt ihr euch kostenfrei registrieren. Wir schicken euch sensationellen Content und ihr, wenn ihr mögt, schickt mir eure Audiodatei. Ja, wie schon gesagt, Jochen hat das getan und was Jochen für eine Frage hatte, das hören wir gleich, indem wir die Frage jetzt einfach mal einspielen. Hallo Norman, hier ist der Jochen. Ich habe folgende Frage für deine Q&A-Session. Das Thema Personal Branding ist ein spannendes Thema, ein aktuelles Thema, glaube ich, hat auch viel mit dem Thema Persönlichkeit zu tun. Wie bin ich als Persönlichkeit? Vor allem im mittleren und unteren Management, dass sie es nicht leisten können, eine große Kampagne aufzusetzen, wie du sie ja für einige Führungskräfte machst, ist für mich die spannende Frage, wie gehe ich da ran? Im zweiten Zug das Thema, wie intensiv mache ich meine Markenführung von meiner Persönlichkeitsmarke und in dem Kontext, wie oft darf, soll ich das überhaupt korrigieren? Insbesondere im Hinblick auf externe Impulse, wie zum Beispiel über deinen Podcast oder andere Podcasts oder auch Kollegen, wo ich neue Impulse bekomme, wo ich mich verbessern kann. Wie lange ist es authentisch, dass ich da Veränderungen unterliege und nicht an der Stelle unglaubwürdig werde? Hast du da irgendwie so die Top 3 Lessons learned oder Ähnliches in die Richtung? Ich freue mich auf deine Antwort. Tschüss. Jochen, vielen Dank für deine Frage. Sehr wichtige Frage, denn ich möchte dich und die Hörer einladen zu einem Bewusstseinsmoment. Denn was macht denn ein Unternehmen wirklich aus bzw. wertvoll? Und das sind die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter, vor allem auch im mittleren Management, sind die Mitarbeiter, die ich als Unternehmer, aus der Unternehmerperspektive gesprochen, sichtbar machen möchte. Wenn ich das verstanden habe, dass meine Mitarbeiter potenzielle Leuchttürme, Multiplikatoren und damit Markenbotschafter sind, dann habe ich einen ganz, ja, dann habe ich einen ganz krassen Game Changer in meinem Kopf. Weil dann habe ich verstanden, dass nicht allein ich dafür verantwortlich bin, dass die Company erfolgreich wird, sondern natürlich auch die Mitarbeiter. Wohl wissend, dass nicht jeder Mitarbeiter darauf Lust hat oder das Potenzial der eigenen Persönlichkeit erkannt hat. Das muss man auch relativieren. Also ich kann jetzt nicht anfangen, alle meine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen, wenn das Interesse gar nicht da ist, wenn die Mitarbeiter gar nicht in die Öffentlichkeit wollen, wenn sie gar nicht als Multiplikatoren agieren wollen, sondern wenn sie einfach sagen, hey, ich komme hier um 8 Uhr an, mache meinen Job und gehe um 17 Uhr. Das gibt es natürlich auch. Aber Mitarbeiter, die selbst motiviert sind und sagen, hey, Personal Branding ist für mich ein Thema. Warum? Weil ich mich einbringen möchte, weil ich kreativ mitgestalten möchte. Das finde ich von der Persönlichkeitsentwicklung sowieso einen sehr schönen Move zu verstehen, selbst zum Gestalter zu werden. Und in der wertvollen Zeit, und wir verbringen sehr viel Zeit unseres Tages, unseres Lebens in unserer Arbeit, dann ist es natürlich toll, wenn ich gern bei meinem Arbeitgeber bin und wenn ich mich auch gern aktiv, kreativ einbringen möchte, also zum Gestalter werde. So, wie werde ich also jetzt zum Markenbotschafter? Ich finde es eine ganz wichtige Geschichte erstmal zu verstehen, dass ich per se mit dem Wissen, mit meinen Erfahrungen, vielleicht auch mit der Unternehmenszugehörigkeit, eine wertvolle Persönlichkeit für das Unternehmen bin und dann mir die Frage stellen kann, nicht wie kann ich mich exponieren, wie kann ich jetzt irgendwie lauter und sichtbarer und wirkungsvoller sein, sondern wie kann ich vor allem helfen? Wie kann ich mit meinem Wissen vielleicht potenziellen Kunden des Unternehmens helfen? Wie kann ich Mitarbeitern helfen? Das sollte so die Grundfragestellung sein und das sollte auch sehr, sehr nah an einem leidenschaftlichen Thema sein. Also es sollte mir wirklich Spaß machen, helfen zu wollen und wenn ich dieses Fundament so für meine Personal Branding Strategie oder als Teil meiner Personal Branding Strategie definieren kann, dann kann ich natürlich anfangen und mir die Frage stellen, wie mache ich das eigentlich? Und das Wie gestaltet sich auch so ein bisschen, wie so meine eigene Persönlichkeit ist. Also bin ich zum Beispiel jetzt ein sehr, sehr extrovertierter Mensch, der sagt, pass mal auf, ich fange jetzt mal an, ich mache so ein In-House-Event mit drei Leuten, fünf Leuten, zehn Leuten, skaliere auf hundert oder tausend oder mehr, bin Initiator, rege das Thema an, moderiere das Thema, organisiere das Thema, also bin sehr, sehr aktiv und möchte einfach mit meiner Präsenz auf die Bühne. So, das wäre jetzt das eine Extrem. Das andere Extrem wäre zum Beispiel jemand, der sagt, oh, ich bin eher so der Introvertierte, aber nichtsdestotrotz wertvoll, wertvoll für mein Unternehmen und ich möchte auch mein Wissen, meine Erfahrung teilen und helfen, dann kann ich das natürlich über einen Blog machen. So, dazwischen liegt so das Thema Podcasting, das Thema Video, also in irgendeiner Form einen Kanal für mich zu finden, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich mich sicher fühle und in dem ich mein Wissen und meine Erfahrung zum Besten geben kann. Und ganz so nebenbei, am besten so oft ich kann. Also, ich finde den Satz ziemlich cool, den ich irgendwo mal gehört habe, er ist nicht von mir, wenn du morgens aus der Haustür gehst, betrittst du eine Bühne. So, und all das, was passiert, wie ich wahrgenommen werde, wie ich auftrete, über welche Kanäle ich auch wahrgenommen werde, all das ist Teil meiner Marke, meiner Persönlichkeitsmarke, meiner Personal Branding Strategie. Und all das darf ich in Frage stellen. Am besten mit einem Coach, um einfach die Reflexion von außen zu haben. Coach kann auch Partnerin sein, Partner sein, Mitarbeiter, Kollegen, Freunde, je nachdem, in welchem Umfeld ich mich bewege und wo ich meine Reflexion gut annehmen kann, das ist auch wichtig. Also, dass ich die gut annehmen kann, dass ich nicht sage, oh, der gönnt mir das gerade nicht oder der kopiert vielleicht meine Idee oder sowas, sondern wirklich Leute, den man vertraut, so eine Extended Version dieses Prozesses wäre dann noch so ein Mentoring, also wirklich jemanden zu holen, der sagt, hey, ich helfe dir, dich als Persönlichkeitsmarke aufzubauen, sichtbar zu machen und die entsprechende Wirkung zu entfalten, die du dir wünschst. So, um gleich mal mit einem Beispiel zu kommen. Ich habe einen Podcast gehört letztens, fand ich ganz spannend, von einem Podcaster, der kein eigenes Unternehmen hat, sondern in einem Unternehmen arbeitet und das Thema rund um sein Unternehmen einfach zu seinem Podcast-Thema gemacht hat und gesagt hat, ich möchte mein Wissen, was ich jetzt seit Jahren gesammelt habe und meine Erfahrung teilen und mache einfach einen Podcast zu dem Thema. Und auf die Frage hin, warum irgendwie nicht die Firma dort Werbung macht und so weiter, die haben einen ganz klaren Deal. Also, die Firma weiß, dass er einen Podcast macht und er sagt ganz bewusst, ich mache den Podcast nicht, um Werbung für meine Firma zu machen, sondern um einfach zu sagen, ich möchte etwas weitergeben und damit positioniert er sich als Marke. Und der schöne Nebeneffekt ist, mit seinem Podcast, mit seinem Blog und den Shownotes baut er sich einen digitalen Fußabdruck auf, teilt das natürlich in sozialen Netzwerken und all diese Prozesse, die damit verbunden sind, mit dem Kreieren, mit der schöpferischen Tätigkeit zum Gestalter zu werden oder Gestalterin zu werden, genau das hilft dir in deiner Wahrnehmung auch im Unternehmen. Und ist natürlich auch für ein Unternehmen toll, also wenn ich das als Unternehmenschef merke, wie jemand sich positioniert, dann ist ja die Frage des Mitarbeiters, und das ist sicher auch deine Frage, Jochen, welchen sinnstiftenden Wert kann ich denn erschaffen? Und das ist auch vielleicht nochmal an die Unternehmenschef gerichtet, eine ganz wesentliche Frage. Es geht nicht darum, Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, die meinen sinnstiftenden Wert bearbeiten, sondern wie kann ich es schaffen, dass die Mitarbeiter sich frei fühlen, also ungebunden fühlen, in ihrem Schaffensprozess, in ihrem Kreativprozess, um selbst ihren sinnstiftenden Wert mit einzubringen. Das ist eine ganz tolle Erfahrung für Mitarbeiter, wenn es mir ermöglicht wird, seitens der Geschäftsführung zu sagen, hey, bring dich, deine Persönlichkeit, deine Ideen, deine Kreativität mit ein in Form von Workshops. Das ist eine großartige Unternehmenskultur, wenn das gefördert und gewollt wird. Ist leider nicht in allen Unternehmen der Fall. Ich glaube aber, dass es ein unfassbares Potenzial für das Unternehmen ist, weil das sind ja Ressourcen, Mitarbeiter, die ja da sind, die ich nutzen kann, auf andere Weise, wie es vielleicht früher gemacht wird. Also die Idee ist, nicht Bindung durch Abhängigkeiten herzustellen, sondern Freiheit durch den sinnstiftenden Wert der Leute, die in meinem Unternehmen arbeiten. Also wie kann ich das integriert denken? Und ich kann es, wie gesagt, auch im mittleren Management als Mitarbeiter eines Unternehmens initiieren und mir einfach überlegen, wie kann ich mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben? Und das ist das Tolle an der Digitalisierung oder an der Zeit, in der wir nun mal leben. Ich habe über die digitalen Medien unfassbare Möglichkeiten, mir ein breites Publikum aufzubauen, gesehen zu werden und mich als Persönlichkeitsmarke zu etablieren. Eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblings-Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrobellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text- oder Audionachricht, die ich dann in einer der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht es weiter hier. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerne noch mit einbringen möchte, ist dieses Mach es, wenn es geht, nicht alleine. Also sei der Initiator oder die Initiatoren, aber suche dir vielleicht auch im Unternehmen Leute, mit denen du was zusammen machen kannst. Also dieses Wir finde ich einen ganz wichtigen Moment, um einfach auch diese Multiplikation im Unternehmen herzustellen. Auch für meine Initiation einen Multiplikationseffekt zu schaffen. Also das ist nochmal vielleicht noch eine Anregung, die ich unbedingt machen möchte. Also über ein Wir nachzudenken, wie man gemeinsam vielleicht wertvollen Content schafft, der wiederum anderen hilft. Es ist natürlich eine gewisse Ausdauer erforderlich. Das ist immer eine ganz wichtige Geschichte. Das Personal Branding ist halt A, ein Prozess, der niemals endet, weil wir uns ja selbstständig als Persönlichkeit weiterentwickeln und verändern. Aber es ist auch eine gewisse Ausdauer und Kontinuität. Ich muss, wenn ich sage, ich mache einen Blog, ein Podcast, ein Video oder ein Event, das muss regelmäßig stattfinden. Also es muss auch eine stabile Sichtbarkeit und Wahrnehmung für mein Gegenüber haben, dass ich immer wieder performe auf ein entsprechendes Thema. Und das kann man meines Erachtens nicht übertreiben. Also ein Beispiel, wenn du im Auto sitzt morgens und irgendwie 20 Minuten zur Arbeit brauchst und mit deinem Handy, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Empfehlung ist während der Autofahrt, natürlich nicht. Also das Auto hält an der Ampel. Die Ampel geht fünf Minuten, steht hier auf rot. Und ich nutze diesen Slot am Tag einfach, um mit meinem Handy so eine Mikro-Podcast-Folge aufzunehmen und das jeden Tag beispielsweise, jetzt nur mal als kreativen Exkurs hier. Und ich mache das jeden Tag und das sind die Five-Minute-Podcast oder irgendwie so. Dann ist das, glaube ich, auch eine tolle Geschichte, wenn ich mich darauf verlassen kann und jeden Morgen meinen Showman im Radio oder im Podcast höre. Also das vielleicht mal so als Anregung. Man schaut einfach, wo man dann einen Slot hat, um diese Kontinuität und diese Ausdauer hinzukriegen. Auch toll. Anderen zu helfen heißt ja nicht nur Wissen weitergeben oder Erfahrungen zu teilen, sondern vielleicht auch Empfehlungen auszusprechen, Empfehlungen anderer Mitarbeiter zu geben oder Mitarbeiter vorzuschlagen, vielleicht in meinem Interview zu machen oder gemeinsam Textentwurfen, gemeinsam Blogartikel zu schreiben oder ein Video aufzunehmen oder gemeinsam mit anderen Mitarbeitern ein Event zu organisieren und die Leute auf die Bühne zu holen. Also ich glaube, das hat eine unfassbare Wirkung, wenn ich anderen Leuten helfe, sichtbar zu werden, das Wissen anderer zu integrieren und damit auch den Personal Branding Prozess der Mitarbeiter und Kollegen so ein bisschen auf die Sprünge helfe. Auch das kann ein wichtiger oder interessanter Hebel sein. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Qualität gemacht. Das ist immer mir persönlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das natürlich mag ja natürlich auch so dieses erste Eindruck. Wie sieht das aus? Sieht der Blog gut aus? Ist der Podcast gut aus? Hört er sich gut an? All diese Dinge im Zweifel mit einem Experten zusammenarbeiten. Also einen Webdesigner besorgen, der mir eine geile Website programmiert. Also mit geil meine ich tolle Funktionalitäten. Ein Grafiker, der mir die Seite auch noch hübsch macht. Oder wenn du einen Podcast machst, muss ein cooles Podcast-Cover und ein starkes Intro her. Also nicht zu viel machen, lieber weniger, aber dafür richtig mega gut. Also das muss sich richtig gut anfühlen. Das Medium, was du bedienst, damit das einfach auch im Gesamtkontext nicht nur inhaltlich wertvoll ist, sondern auch der formale Ausdruck ein sehr wertiger Ausdruck ist. So, ich glaube, ich habe jetzt meine kleine Liste hier abgearbeitet. Ich hoffe, Jochen, dass ich dir helfen konnte und dir ein paar Impulse und Anregungen geben konnte, dass es wichtig ist, gerade im mittleren Management, sich als Leuchtturm, als Markenbotschafter, auch als Multiplikator zu verstehen. Ich hoffe auch, dass ich viele Unternehmer anregen konnte, nach diesen Leuchttürmen im Unternehmen zu suchen, vielleicht Hilfestellungen zu geben, Anregungen zu geben. Auch in das Thema Personal Branding zu investieren. Es ist wichtig, also nicht nur in das eigene Personal Branding zu investieren, sondern auch Budgets frei zu machen und jetzt, ich meine, ja, 2019 steht vor der Tür, Budgets frei zu machen und zu sagen, ich mache meine Mitarbeiter sichtbar. Ich versuche sie nicht zu binden, sondern ich versuche ihnen kreative Freiheit zu geben, wie sie sinnstiftenden Wert einbringen können in das Unternehmen und damit eine völlig neue Unternehmenskultur aufzubauen. Also, wenn das interessiert, können wir gerne nochmal sprechen. Ruft mich an, wenn es dazu Fragen gibt. Ansonsten wünsche ich euch nur das Beste und wie immer bleibt rebellisch. Ciao.